Riesengroß ist die Freude bei David Josubov. Zur Firmeneinweihungsfeier des neuen Bürostandorts mitten im Herzen Wiens im dritten Bezirk sind Freunde und Geschäftspartner gekommen, um mit dem CEO der David Grub zu feiern. Das Motto lautet Dein Immobilienriese. Der Tag bedeutet sehr viel für mich. Wir haben heute über 70 Gäste hier, wir haben Partner hier, Familie haben wir hier, wir haben ein super Catering, ein kostenloses Catering hier, wir haben einen Moderator hier, wir haben einen Zauberer hier. Ich bin sehr froh, es ist ein sehr sehr emotionaler Tag für mich und ich bin so stolz, dass es heute zu diesem Tag gekommen ist und gelungen ist. Der 23-Jährige ist mit der Immobilienbranche gut vertraut. Seine Familie ist seit drei Generationen im Wiener Immobilienmarkt tätig. Nun startet David Josubov mit seinem eigenen Unternehmen durch. David Josubov ist ja kein Unbekannter in der Branche. Ich freue mich sehr für ihn, dass er jetzt einen neuen Standort hier eröffnet hat und die David Grub, selbst ernannte Immobilienriese wird dem selbst gewählten Ruf sicherlich gerecht werden in Zukunft. Also ich warte mir Großes. Ich muss da ein paar Parallelen ziehen. Ich habe einen Sohn im selben Alter. Als Vater weiß ich, dass man in einer Sturm- und Drangzeit ist. Er hat aber eine Genetik mitbekommen, die ihm auf den richtigen Weg führen wird. Er kommt aus einer großen Familie, die mit Immobilien sehr sehr stark verbunden ist aus der Historie heraus. Wir erwarten uns natürlich eine sehr langfristige Zusammenarbeit, so wie wir das mit allen unseren Kunden gewohnt sind, weil wir natürlich eine sehr hohe Qualität für unsere Kunden auch bieten und auch die versuchen zu halten. Erste Projekte wurden von der David Grub bereits umgesetzt. Der junge Immobilienprofi David Josubov hat mit seinem Team bereits seinen Immobilienbestand im Wert von 50 Millionen Euro verwaltet, renoviert und weitervermittelt. Der Herr Josubov ist ein Chef, der zwar noch relativ jung ist vom Alter her, aber trotzdem schon Erfahrung hat in der Branche sehr viel Erfahrung. Und das Schöne ist, er lässt auch Informationen und Meinungen von Mitarbeitern zu. Wenn dann eine Diskussionbedarf besteht, dann kann man schon reden mit ihm. Mit der David Grub geht David Josubov seinen eigenen Weg und möchte Schwung und Elan in den Markt bringen. Die Erwartungen an die Zukunft sind hoch. In dieser Zeit können Sie von mir erwarten, dass wir expandieren werden, nicht nur in Österreich. Außerhalb von Österreich versuchen wir jetzt auch zu expandieren, Deutschland, Spanien und wir lassen die Immobilienbranche überraschen. Und so startet die David Grub mit der heutigen Firmen-Einweihungsfeier gegen die Koliaths der Immo-Welt.